Wir kommen jetzt zu unserer heutigen Mannschaftsaufstellung. Wie immer beginnen wir mit unserem Torhüter, Rücke Nummer 21, Janik. Rücke Nummer 2, Mohamed. Mit der Nummer 4, Philipp. Rücke Nummer 7, Dani. Mit der Nummer 8, Amadou. Rücke Nummer 11, Tivo. Mit der Nummer 17, Dominic. Rücke Nummer 22, Davy. Mit der 27, Konrad. Rücke Nummer 32, Josko. Und mit der 39, Benjamin. Unser Trainer heißt natürlich Makro. Und jetzt, gib mir ein R. Gib mir ein B. Gib mir ein A. Wer gewinnt heute? RPL! 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 Mit dem grüßen den Bühner, mit dem maximalen Fußballspieler, der 5. Störgeräte und der 1. 0. 0. Das war mit der Bühne, wo dabei ist. Die Oh Nies! Werner! 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 Du, du bist du, du kannst es sein! La 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 Leibniz schon Freude, Haas und Meister 3-3, Leibniz schon Freude! Hey, hey, hey! Völkische Prokursiv? Völkische Prokursiv? Völkische Prokursiv? Hef, hef, hef! G임zlieder! Nein! 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 Come on! In die Frise muss ich schießen. Ich bin zweifel. Ich bin zweifel. Mein Pfarrer. Ich bin zweifel. Das war's, das war's, das war's, das war's. 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 Fertig! Ja! 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 Ja!